Herzlich willkommen, Zivilrecht, Pacht, Leasing, Dienstverträge. Wir sind hier immer noch im Schuldrecht besonderen Teil unterwegs. Hier nun mit der Spezialeinheit Leasing und wir werden uns insbesondere anschauen, Operating und Finanzierungsleasing. Lernziele. Sie werden anschließend Sinn und Zweck des Leasingvertrages bestimmen können. Vor allem werden wir uns zusammen anschauen, wann liegt ein Leasingvertrag eben vor. Die rechtliche Einordnung, das ist halt insbesondere spannend. Und wir werden uns kurz die Unterscheidung mal anschauen, weil die fürs Examen auch relevant sein kann, Finanzierungs- und Operating Leasing, wo ist jetzt hier der Unterschied eben zu sehen. Wobei Sie meistens, das kann ich Ihnen jetzt schon aus meiner Erfahrung hier mitteilen, dass eben in den vielen oder in vielen Examsklausuren hier das Finanzierungsleasing meistens eine Rolle eben spielen wird. Von der Relevanz fürs Examen her insgesamt dieses Thema absolut brisant, denn wenn der Klausurersteller hier eine sehr, sehr schwierige Klausur bauen möchte, dann nimmt er eben nicht nur den reinen Mietvertrag aus 535 folgenden, sondern bastelt hier eben einen Leasingvertrag für Sie zusammen und lässt das dann entsprechend mit den Problemen durchprüfen, weil vor allem beim Leasingrecht haben Sie eben immer so dieses mega, mega beliebte Drei-Personen-Verhältnis am Start. Das macht es natürlich für Klausuren umso schwieriger und auch umfassender. Und so komme ich dann auf meine 5-stündige Examsklausur. Insbesondere dann auch, wenn man noch so Problemkreise einbaut, wie Wegfall der Geschäftsgrundlage. Aber dazu werde ich gleich nachher nochmal an entscheidender Stelle ein wenig mehr erzählen. Ja, Grundlage hier oder die Grundfragen erstmal, wem nützt der Leasingvertrag und warum macht man sowas? Was ist das? Was wird da überhaupt jetzt hier vertraglich geregelt? Welche Interessenlage besteht erstmal? Davon müssen wir jetzt hier ausgehen an der Stelle. Der Käufer ist ja häufig so, ein Unternehmen braucht dringend für die Produktion von Schokolade irgendwelche Maschinen oder irgendwelche Fahrzeuge zur Auslieferung. Und natürlich will jedes Unternehmen seine Liquidität irgendwo schonen, um nicht sofort alle finanziellen Mittel zu verbrauchen für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern. Und deshalb möchte der Käufer häufig den Gegenstand, die Maschine oder das Fahrzeug hier entsprechend haben. Und der Verkäufer sagt sich, okay, ich kann das Geschäft eben nur tätigen, wenn ich da eine Finanzierungsmöglichkeit irgendwie verschaffe und sagt jetzt, okay, ich kaufe jetzt hier eben den Gegenstand. Also der Leasingnehmer schließt mit dem Leasinggeber erstmal den Leasingvertrag im Grunde nach ab und auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt hier die Geldzahlung oder Leasingratenzahlung durch den Leasingnehmer an den Leasinggeber und auf der anderen Seite kauft der Leasinggeber. Das ist halt auch mega entscheidend von dem Lieferanten eben den Leasinggegenstand. Sie gehen zum Autohaus, möchten da eben das Fahrzeug erwerben, aber nichts dafür erstmal bezahlen, sondern einen monatlichen Raten. Dann gibt man ihnen die Finanzierungsmöglichkeit des Leasings mit an die Hand. Da wirbt also das Autohaus dann grundsätzlich erstmal das Fahrzeug beim Hersteller, bezahlt erstmal den Hersteller den kompletten Preis. Beziehungsweise dann gibt es ja heutzutage mittlerweile die Banken, die das dann eben als Leasinggeber machen und da eben als Leasinggeber auftreten und kaufen dann das Fahrzeug entsprechend von dem eigentlichen Autowerk. Okay, ja so und dann wird das Fahrzeug noch zum Schluss an den Leasingnehmer übergeben. Also Sie sehen hier drei Personenverhältnisse, wie gesagt, das ist immer relativ delikat. Sie haben also auf der einen Seite diesen Leasingvertrag hier zwischen dem Leasingnehmer und dem Leasinggeber. Leasingraten werden bezahlt, da werden wir uns nachher so ein bisschen im Mietrecht oder ganz schön sogar rumtummeln. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Kaufvertrag zwischen dem Leasinggeber, der hier in der Mitte steht, und dann dem Hersteller. Ich sagte ja vorhin eingangs irgendwie, Wegfall der Geschäftsgrundlage könnte mal ein Thema sein. Durchdenken Sie da mal die Konstellation, wäre der Leasingnehmer hier auf der einen Seite immer noch zur Zahlung der Leasingraten seinerseits verpflichtet, wenn halt irgendein Problem auftaucht mit dem Kaufvertrag zwischen dem Leasinggeber und dem Hersteller. Nehmen wir mal an, da liegt irgendeine Anfechtung des Kaufvertrages vor. Oder was in vielen Examen eben vorkommt, was passiert nämlich häufig, weil ja der Leasingnehmer sich meistens die Leasing-Sache ja aussucht. Der Leasinggeber geht meistens nämlich hin und sagt, okay, pass auf, du kriegst ja das Auto, aber ich möchte den Rechten und Pflichten des Kaufvertrags im Wesentlichen nicht mehr so viel zu tun haben, sondern du als Leasingnehmer bekommst eben alle Gewährleistungsrechte. Und dann wird eben häufig durch den Leasinggeber, also unserem Typen hier sozusagen in der Mitte, alle Rechte, die er aus dem Kaufvertrag als Käufer gegenüber dem Verkäufer hier, dann rechts im Bild hier, dem Autohersteller hat, eben gemäß 398 BGB abgetreten. An den Leasingnehmer. So, jetzt stellen wir uns mal vor, der Leasingnehmer erklärt aus abgetretenem Recht Rücktritt von dem Kaufvertrag. Naja, was passiert dann mit dem Leasingvertrag? Kommt der dann da auch raus und bezüglich der Zahlung der Leasingraten? Und da müssen Sie, und das sage ich Ihnen jetzt schon hier an der Stelle, diese Klausuren gibt es eben zuhauf. Denken Sie an 3.13. Ja, Wegfall der Geschäftsgrundlage, das ist nämlich dann bei den meisten Leasingklausuren noch ein Megathema, dass man dann eben nur rauskommt über Wegfall der Geschäftsgrundlage, weil der Kaufvertrag Geschäftsgrundlage des Leasingvertrages ist und umgekehrt natürlich genauso. Der eine Vertrag wird nur abgeschlossen, weil der andere Vertrag dann auch abgeschlossen wird. Und in den meisten Fällen sattelt der Klausurersteller dann nämlich noch ein weiteres Problem mit drauf, dass eben der Leasinggeber alle Gewährleistungsrechte ausschließt gegenüber dem Leasingnehmer. Aber dafür tritt er dann alle Gewährleistungsrechte, die er gegen den Hersteller jetzt seinerseits hat, ab an den Leasingnehmer und dann ist der auch in der Regel geschützt. Und dann würde man auch bei einer umfangreichen AGB-Prüfung in der Examensklausur da häufig zu dem Punkt kommen, dass man sagt, dieser Gewährleistungsausschluss wirksam, solange man eben dort die Abtretung der Gewährleistungsrechte bekommt. Nun gut, also vom Grundsatz her erstmal beim Leasing handelt es sich erstmal um ein Finanzierungsinstrument. Das müssen Sie sich merken, machen sich da die Interessenlage klar. Der Leasinggeber, das Autohaus im Zweifel oder die dahinterstehende Bank, die das dann finanziert, irgendwo darauf läuft es ja hinaus, möchte halt ein Auto verkaufen, aber weiß, okay, die Kunden haben eben selten 40.000 oder 50.000 Euro, dann nutzen wir das doch als Finanzierungsinstrument. Okay, der Leasingvertrag regelt die Gebrauchsüberlassung erstmal gegen ein Raten gezahltes Entgelt. Das ist erstmal die absolute Basis, das müssen Sie sich merken. Der Leasingnehmer trägt die Instandhaltungspflicht und bekommt im Ausgleich hierfür Entsprüche an und aus dem Leasinggegenstand gegenüber Dritten übertragen. Also das Ganze geht im Prinzip ein bisschen weiter als im Mietvertrag. Auch dazu werden wir uns gleich nochmal eine andere Folie hier anschauen. Es ist nicht nur so, dass der Leasingnehmer da seine Raten bezahlt, sondern er ist auch absolut zur Instandhaltung in den meisten Fällen verpflichtet. Also beim Auto muss er die Reparaturkosten selber tragen, was er beim Mietvertrag eben nicht tragen müsste. Dann die Versicherungskosten selber tragen, Reparaturkosten selber tragen. All diese Dinge, also er wird quasi wie ein Eigentümer in den meisten Fällen hier eben dann behandelt. Also das ist viel weiter gehender als beim Mietvertrag. Ja, welche Vorteile nochmal hier vertieft, bringt ja erstmal primär, also natürlich viele Vorteile, aber steuerliche Vorteile mit sich, weil der Leasingnehmer kann nämlich diese Raten, die er bezahlt, komplett als Betriebsausgaben eben gelten machen, was natürlich seine Steuerbelastung dann eben mindert und der Leasingnehmer trägt natürlich seinerseits erstmal die Steuern, die beim Kauf anfallen, also mal gedacht an die Umsatzsteuer natürlich insbesondere. Darüber hinaus natürlich, klar, der Leasingnehmer spart eben erheblich an Liquidität ein, weil er eben nicht, sagen wir mal beispielsweise ein Auto im Wert von 50.000 Euro sofort bezahlen muss, sondern eben schön monatlich seine Raten von 500 Euro meinetwegen erstmal nur beispielhaft hier bezahlt und so die liquiden Mittel für sein Unternehmen eben anderweitig dort verwenden kann. Und das Schöne ist auch, in dem steuerlichen Aspekt nochmal zu kommen, man kann ja auch, wenn man jetzt ein Auto leased, kann man auch Anzahlungen vereinbaren, Leasing-Sonderzahlungen und auch die kann man eben in den meisten Fällen komplett sofort als Betriebsausgaben eben abziehen. Man müsste halt nicht wie bei dem Kauf eines Fahrzeuges, wo man sofort den Kaufpreis bezahlt, das Auto in seine Bilanz mit reinnimmt, ins notwendige Betriebsvermögen. Da müsste man ja ansonsten das Fahrzeug erstmal abschreiben über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und da ist der steuerliche Vorteil doch erheblicher, wenn ich halt diese Sonderzahlungen sofort, mein Auto hat einen Wert von 50.000, müsste ich über fünf Jahre abschreiben, müsste ich 10.000 Euro nur als Betriebsausgaben entsprechend durch die Abschreibung gelten machen. Wenn ich aber sage, ich lease ein Fahrzeug, habe eine Leasing-Sonderzahlung von 25.000 Euro mit einem Schlag, kann ich die eben sofort als Betriebsausgabe eben absetzen. Also da ist natürlich dann viel Gespräch mit dem Steuerberater notwendig, was man da als Unternehmer dann tun sollte, schlauerweise. Okay, jo, also nochmal von der rechtlichen Einordnung der einzelnen Verträge. Das ist ja das, wenn ich meinen Klausursachverhalt hier eben blicke und lese, sofort muss ich mir eine Personenskizze hier machen, gerade wenn mindestens drei Personen am Start sind, ja sowieso, sonst kommen sie da eben nicht weiter, beziehungsweise verlieren Informationen und müssen vielleicht dreifach, vierfach den Sachverhalt fünffach lesen. Das kostet natürlich Zeit, deshalb gerade hier malen sich die Personen insbesondere auf. Also wir haben wie gesagt den Leasing-Vertrag in Klammern, Miete natürlich, wir werden auch gleich sehen, warum. Kaufvertrag eben auf der anderen Seite, Rechtsverhältnisse zwischen dem Autohersteller jetzt, auf der rechten Seite und der linken Seite dann ja entsprechend bezüglich der Leasingnehmerin hier. In dem Fall bestehen erstmal nicht. Da wird nur rein tatsächlich das Fahrzeug dann vielleicht direkt hingeliefert, aber weitere Rechtsbeziehungen sind da grundsätzlich nicht vorhanden. Gut, möglicherweise gibt es auch eine Eigentumsübertragung bei Optionen des Ratenkaufes. Es gibt ja mehrere Ausgestaltungen des Leasing-Vertrages. Man kann ja auch dem Leasingnehmer einräumen vertraglich, dass er eben am Ende der Laufzeit da eine Option zum Ratenkauf hat, was natürlich dann zur Folge hat, okay, da müsste dann eben doch das Eigentum dann übertragen werden, ob das jetzt rein juristisch gesehen abläuft zwischen Hersteller und Leasinggeber und der übereignet es dann an den Leasingnehmer oder direkt zwischen den beiden. Das ist eine Frage der vertraglichen Ausgestaltung dann nachher. Was bedeutet dieses Wort nun? Also es ist natürlich jetzt ein Terminus technicus des Vertragsrechtes auch Leasing. Sie müssen aber verstehen, was quasi dahinter steckt. Ja, Leasing ist natürlich ein englisches Wort hier, heißt übersetzt gesprochen Mieten, aber dieser spezielle Begriff wird eben dafür verwendet, um eben rechtlich die Einordnung zu treffen und zu sagen, ja, es ist die Mietrecht eben angelehnt, aber, sorry, aufpassen, da gibt es eben noch spezialgesetzliche Punkte, die eben zu berücksichtigen sind, Spezialvereinbarungen zwischen den Parteien. Deshalb macht es das eben zu einem Leasingvertrag, also mit besonderen Elementen, um das eben vom reinen Mietvertrag 35 folgende hier abzugrenzen. Ja, gehen wir da jetzt mal in Medias Res. Also bei der Miete besteht eine feste Eigentümerstellung des Vermieters, der auch zum Erhalt der Sache verpflichtet ist. Das steht in 535 drin, gucken Sie da mal rein, nochmal zur Wiederholung. Und diese Pflicht ist eben beim Leasingvertrag in den meisten Fällen eben gerade nicht mehr da, weil der Leasinggeber entledigt sich sozusagen dieser vertraglichen Verpflichtung und darüber hinaus besteht auch für den Leasingnehmer oft auch eine Kaufoption. Und wie ordne ich das jetzt hier rechtlich mit ein? Also wie gesagt, denken Sie dran beim Leasing, der Leasingnehmer wird dann quasi fast wie ein Eigentümer behandelt, wiederhole ich nochmal ganz bewusst, denn er wird im Zweifel nicht Eigentümer, es sei denn, er zieht die Reißleine und nimmt diese Kaufoption irgendwann wahr und dann kommt es eben zur Eigentumsübertragung. Aber der muss eben die Leasing-Sache erhalten. Wie gesagt, Eingangs Steuern selber zahlen, Erhaltungskosten selber zahlen. Das ist eben beim Mietvertrag nicht der Fall. Und das macht es natürlich auch für den Leasinggeber sehr, sehr komfortabel. Wenn er schon nicht das komplette Geld mit einem Schlag bekommt, kann er sich wenigstens dieser Pflichten dann dort entledigen. Ja, und die verschiedensten Ausgestaltungen sind natürlich da eben möglich. Das heißt, man muss dann ganz genau hinschauen, auch im Klausursachverhalt, wie sind die Vertragskomponenten hier, welche stehen im Vordergrund. Und wenn ich dazu hinkomme in meiner Klausur, meiner rechtlichen Einordnung, dass das eben ein Leasingvertrag ist, dann herrschende Meinung sagt, eindeutig, das mietrechtliche Element ist halt in 95 Prozent der Fälle steht das eben im Vordergrund. Das heißt also, Sie werden Ihre Klausur maßgeblich dann nach Mietrecht, wenn es um diesen Leasingvertrag dann eben geht, lösen müssen. Also nach 5,35 folgenden. Ratierliche Überlassung auf Zeitüberlassung, eben über einen vereinbarten Vertragszeitpunkt hinaus und dann entsprechende Zahlung der Leasingraten monatlich. Es ist ein Dauerschuldverhältnis, so wie auch das Mietrecht letztlich gebaut und gebastelt ist. Es gibt nun verschiedenste Leasingmodelle. Da muss man jetzt in seinem Klausursachverhalt, da denke ich ja nach, was ist das jetzt hier für ein Vertragstyp, da muss man sich vom Gestaltungsziel, glaube ich, erst mal im Klaren sein, was die Parteien überhaupt hier wollen. Es gibt zum einen das Finanzierungsleasing, auf der anderen Seite dann eben das Operating Leasing. Beim Finanzierungsleasing steht die Objektfinanzierung halt für den Leasingnehmer im Vordergrund. Der Leasinggeber finanziert die Kaufentscheidung des Leasingnehmers. Das heißt also, ich renne hin zum Autohaus, würde mir da gerne ein Seat Ibiza oder VW Golf oder 1er BMW kaufen, kann es mir aber nicht leisten und überlege mir jetzt als selbstständiger Rechtsanwalt, ja okay, wie kann ich jetzt hier das trotzdem bekommen, dieses Fahrzeug, ohne dafür jetzt gleich die 20.000, 25.000 Euro zahlen zu müssen. Okay, und dann tippe ich meinen Verkäufer an im Auto und sage, genau das Fahrzeug hätte ich jetzt gerne, aber ich kann es leider so jetzt erst mal nicht bezahlen. Gibt es da Finanzierungsmöglichkeiten? Ich möchte das Auto jetzt fünf Jahre nutzen und sagt der Autoverkäufer, alles klar, wir können ja gerne einen Leasing machen, einen Leasingvertrag hier miteinander vereinbaren und damit finanziere ich dir deine Kaufentscheidung quasi. Also da steht eben im Fokus Leasinggeber, Leasingnehmer und nach Möglichkeit versucht natürlich der Leasinggeber eine Laufzeit zu vereinbaren, dass sich dann nachher, da kommen wir aber gleich auch nochmal dazu, der Kaufpreis des Fahrzeuges voll amortisiert hat. Beim Operating Leasing ist das ein bisschen anders. Der Leasinggeber schafft die Leasing-Sache zur mehrmaligen Nutzung durch verschiedene Leasingnehmer eben dann. Findet man häufig zum Beispiel vor, bei Bürotechnik-Ausstattern, wenn die jetzt riesige Druckmaschinen halt verlesen sozusagen an andere Unternehmen, die halt viele Sachen zu drucken haben, Prospekte oder Skripte oder ähnliches und da wird man häufig halt auch angesprochen von diesen Firmen, die dann eben diese Geräte erst mal kaufen und dann immer, sagen wir mal, für zwei Jahre an das eine Unternehmen verlesen, für zwei Jahre ans andere, für weitere drei Jahre ans andere und da ist sozusagen der Initiator hier der Leasinggeber. Okay, wonach grenze ich das jetzt ab? Ich habe beim Finanzierungsleasing in der Regel eine unkündbare Grundmietszeit, weil klar, ich brauche eben diese drei Jahre häufig, um das Fahrzeug zu finanzieren, damit es sich voll amortisiert. Das Investitionsrisiko liegt natürlich beim Leasingnehmer. Also der kann nicht einfach im nächsten Monat hinkommen nach einem Jahr und sagen, hier ist die Kündigung, jetzt will ich nicht mehr bezahlen. Das geht eben nicht beim Leasingvertrag. Also man kann schon irgendwo sagen, das sind so eine Art Knebelverträge dann auch. An das Operating Leasing, da gibt es häufig unbefristete Vermietungen mit jederzeitigen Kündigungsrecht. Da liegt das Investitionsrisiko dann eben beim Leasinggeber. Ja, und das Ganze muss man auch nochmal vom wirtschaftlichen Aspekt her genau betrachten. Wie ist dann der Grad der Armortisation in den meisten Fällen? Also Armortisation heißt natürlich Tilgung der Schuld. Also meine Investitionen, die ich jetzt als Leasinggeber tätige, ich habe ja das Fahrzeug als Autohändler gekauft erst mal vom Hersteller für beispielsweise 25.000 Euro und jetzt verließe ich das eben weiter. Dann muss ich das eben mit einem kleinen Unternehmergewinn natürlich noch on top obendrauf amortisieren. Also muss die Investitionssumme wieder komplett zurückgeflossen sein, nebst Gewinn. Und da spricht man eben von Amortisation, also Tilgen an der Stelle. So, beim Finanzierungsleasing häufig Vollarmortisation. Das heißt also, die Kosten, Kaufpreis, Gewinn, Steuern und so weiter. Also Kreditrisiko, das muss eben abgedeckt werden durch die Raten. Deshalb wird da häufig eine Vollarmortisation vereinbart. Wenn das im Klausursachverhalt so formuliert ist, dann sind Sie beim Finanzierungsleasing unterwegs. Auf der anderen Seite, das Operating Leasing. Da ist es meistens so, weil ja der Leasinggeber weiß, ich werde ja noch andere Vertragspartner bezüglich des Fahrzeugs hier haben. Die Teilamortisation, die Raten sollen nur einen Teil der Kosten abdenken. Und die Veräußerung mit Gewinn bleibt letztendlich natürlich möglich. Also das ist ja häufig gerade bei diesen Operating Leasing Verträgen so mit Kaufoptionen zum Schluss, dass man zu seinem Leasingnehmer hingeht und sagt, naja, guck mal, jetzt ist die Sache nicht mehr 25.000 Euro wert, sondern nur noch 10.000 Euro, möchtest du es nicht erwerben? Ja, welche Folgen resultieren also aus diesen verschiedenen Leasingarten hier? Ganz krass natürlich essentiell die Höhe der Leasingrate. Also je nach Vollarmortisation oder Nicht-Vollarmortisation bestimmt sich die Höhe der Leasingraten. Beispielsweise beim Auto, wenn ich jetzt da als Verkäufer ins Autohaus eine Vollarmortisation haben möchte und je kürzer sozusagen die Leasingzeit ist, umso höher sind natürlich dann die Raten, je länger die Leasingzeit ist, umso niedriger entsprechen. Das hat natürlich alles was mit wirtschaftlichen Verzinsungen und so weiter zu tun. Ganz klar, danach bestimmt sich das dann. Okay, wie kriege ich jetzt noch weitere Aspekte hier hin, um da in der Klausur die richtige Bestimmung zu treffen? Abgrenzung erfolgt eben nach der Art, eben wäre es jetzt hier sozusagen bilanzierungspflichtig für den Gegenstand. Das ist jetzt vielleicht schon so ein bisschen Bilanzrecht. Beim Operating Leasing liegt ja das wirtschaftliche Eigentum immer noch beim Leasinggeber, weil er auch maßgeblich hier die Kosten der Finanzierung eben trägt und vor allem auch das Risiko der Vollarmortisation. Beim Finanzierungsmodell liegt das wirtschaftliche Eigentum beim Leasingnehmer. Das heißt, der wird das dann bei sich in seiner Bilanz als wirtschaftlicher Eigentümer bilanzieren und dann eben mit aufführen dürfen in seiner Bilanz. Das ist nachher eine Frage des Steuerrechts. Die wollen wir natürlich hier nicht klären, aber auch da müsste man als Unternehmer, wenn man jetzt diese Finanzierungsentscheidung eben trifft, mit dem Steuerberater dann Rücksprache halten und zusammen nachdenken aufgrund der steuerlichen Situation, welches Modell ist jetzt für mich hier günstig. Ja, also nochmal bildhaft, das hilft ja vielleicht den meisten viel, viel mehr, dass wir uns das nochmal vergegenwärtigen. Leasingnehmer ist der Indizator des Vertrages, Vollarmortisation beim Finanzierungsleasing. Und der Leasinggeber investiert halt in den Kauf. Der typische Fall, ich renne rein ins Autohaus, möchte dieses Auto haben, der finanziert den Kauf beim Hersteller und finanziert damit die Leasing-Sache für mich. Und ich muss halt als Leasingnehmer durch die Vollarmortisation, durch die Ratenzahlung Sorge tragen, dass eben der Preis plus Unternehmergewinn und Co. dann abgetilgt wird. Ja, ansonsten, klar, Vollarmortisationen hängen natürlich ab von der Grundlaufzeit. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal hier erwähnt an der Stelle. Und demgemäß über die monatliche Ratenzahlung wird eben die Investition plus Gewinn eben dann getilgt. Anders beim Operating-Leasing, da haben wir den Leasinggeber als Initiator hier und er kauft erst mal die Sache irgendwo und dann rennt er halt irgendwo hin und versucht, sagen wir mal, diesen Drucker, das sind immer so diese typischen Beispiele, dann diesen verschiedenen Firmen eben anzubieten, die eben verschiedene Laufzeiten an diesen Gegenstand leasen sozusagen und dadurch versucht jetzt der Leasinggeber, die Armortisation zu erreichen. Den Lernzielen her, klar, Sinn und Zweck des Leasingvertrages ist eben, denken Sie da noch mal nach gerade, was steckt dahinter? Das ist auch für Klausuren wichtig, dass Sie sich darüber Gedanken machen, weil Sie müssen ja immer erst, wenn Sie einen Vertrag abgedruckt bekommen im Sachverhalt, gucken, wo ist die Risikoverteilung, was wollen die Parteien hier eigentlich? Klar, Finanzierungsinstrument. Rechtliche Einordnung haben wir auch gesagt, wo tüten wir es ein? Im Wesentlichen natürlich dann ins Mietrecht. Sie werden auch im Exams-Sachverhalt immer mal wieder so Hinweise darauf finden, dass die Parteien sich streiten, welche Vertragsform ist es denn noch? Man könnte da auch diskutieren, ob es nicht vielleicht ein Darlehensvertrag ist, vielleicht ein Kaufvertrag, vielleicht ist es ein Geschäftsbesorgungsvertrag, Mietvertrag. Also oben, wenn man bei Anspruch entstanden in seiner Examsklausur unterwegs ist, da sollten Sie dann umfangreich die Abgrenzung der einzelnen Vertragstypen vornehmen, um da auch die Punkte insofern alle einsacken zu können. Und wir haben uns umfassend jetzt Finanzierungsoperating Leasing angeschaut. Da spare ich mir jetzt mal hier an der Stelle die Wiederholung. Das haben wir jetzt zwei, drei Mal mit im Laufe des theoretischen Vortrages ja hier zusammen auch getan. Wichtiger Begriff ist nur hier noch mal kurz wiederholt, die Vollamortisation. Das ist so Ihr Vehikelchen in der Klausur. Wo Sie dann schauen können. Aber für mich ist persönlich am wichtigsten, dass Sie sehen, es ist ein Drei-Personen-Verhältnis auf jeden Fall. Das brauche ich, sonst bin ich nicht im Leasingrecht unterwegs. Und merken Sie sich vielleicht schon mal, dass dieser Kaufvertrag Geschäftsgrundlage ist für den Leasingvertrag. Und umgekehrt genauso. Das heißt, Problematik 3.13, das ist fast immer in den Leasingklausuren irgendwo versteckt. Plus häufig einer sehr, sehr umfassenden AGB-Prüfung eben, wenn es um Gewährleistungsausschlüsse unter den einzelnen Parteien, also wenn die vereinbart worden sind zwischen den einzelnen Parteien und wenn ich halt nach 305 folgende BGB dann die Wirksamkeit dieser Ausschlüsse dann beurteilen muss. Häufig eben ist es so, der Leasinggeber tritt alle Rechte aus 434 folgenden dann eben ab an den Leasingnehmer, schließt aber seinerseits die Gewährleistungsrechte dann gegenüber dem Leasingnehmer aus. Und da muss ich dann halt natürlich diesbezüglich bei Mängeln an der Sache die Prüfung 305 folgende in der Klausur vornehmen. Aber ich sollte tunlichst dazu kommen, dass ich eben nach 307 dann sage, keine unangemessene Benachteiligung, um halt weiterprüfen zu können in der Klausur. Weil meistens schließen sich dann eben auch Folgeprobleme an. Fallbeispiel, sein oder nicht sein. Erster Fall. A ist volljährig geworden und im Zuge ihrer neu gewonnenen Freiheit tätigt sie mehrere Geschäfte. So und die wollen wir uns alle jetzt im Einzelnen angucken. Wir wollen jetzt ein bisschen trainieren zusammen hier Abgrenzung der Vertragstypen. Zunächst möchte sie sich eine Wohnung kaufen. Mit Bank B vereinbart sie die Finanzierung des Kaufs. A bekommt 200.000 Euro ausgezahlt, wobei sie sich verpflichtet, das Geld in Raten zuzüglich 1,2% Zinsen binnen der nächsten 22 Jahre zurückzuzahlen. Als Sicherheit wird eine Grundschuld bestellt. Tja, Fallfrage, liegt ein Leasingvertrag hier vor? Und wenn ja, entspricht das jetzt eher dem Finanzierungsleasing oder dem Operatingleasing? Okay, na, Wohnungsbaugesellschaft, sie möchte jetzt hier die Wohnung erwerben und hat das entsprechende Kleingeld nicht dafür, will das eben bei der Bank hier finanzieren und abzahlen über 22 Jahre hinweg. Ja, klar, Wohnung kaufen, könnte man erst mal überlegen, Kaufvertrag, vielleicht Finanzierung, ja, da muss man so ein bisschen wieder schauen, Abgrenzung zum Darlehensvertrag. Eine Grundschuld ist auch noch mit am Start, gemäß 1191 hier. Naja, man sieht halt schon so ein bisschen, denke ich hier, dass halt nicht unmittelbar zwischen allen Beteiligten hier Rechtsbeziehungen bestehen. und das ist nämlich hier auch der Kasus knacktus, dass nämlich hier, dass sich um eine reine Finanzierung der Sache hier eben handelt und wir haben hier eine Verbindung zwischen dem Finanzierungsdienstleister und dem Verkäufer eben gerade nicht. Ja, denn normalerweise beim Leasingvertrag ist ja so, dass eben der Leasinggeber ja die Sache erst mal erwirbt beim, ja, Hersteller der Sache, ne, und das ist hier eben nicht der Fall. Hier haben wir ja nur diese Verbindung eben zwischen der B mit der Wohnungsbaugesellschaft. Sie holt sich dann nur ihrerseits den Kredit bei der Bank und muss eben die Sicherheit stellen, aber da haben wir eben nicht diese typische Drei-Personen-Konstellation. Es sind zwar drei Personen, aber die sind eben alle nicht so, wie es beim Leasingvertrag erforderlich wäre. miteinander verbunden, ne. Okay, also kein Leasingvertrag, sondern wir haben Darlehensvertrag mit einer Grundschuld hier entsprechend verbunden. Nächster Fall. Um das Geld zu verdienen, muss A arbeiten. Hierfür benötigt sie einen Computer, den ihr Medienhändler M finanziert. Über eine vertragliche Grundlaufzeit von 24 Monaten hinweg verpflichtet sich A dazu, monatlich 55 Euro an M zu zahlen. A übernimmt dabei das Risiko für alle Schäden am Gerät, wobei ihr M alle Rechte gegen seinen Zulieferer Z dann abtritt. Das heißt, unser Finanzierungsgeber sozusagen, der erwirbt die Sache beim Zulieferer Z. Das heißt, da haben wir jetzt typischerweise diese Drei-Personen-Konstellation hier am Start. Wir müssen aber auch wieder hier uns die Frage vorwegstellen, liegt ein Leasingvertrag vor? Und wenn ja, welche Art? Ja, alles klar. Der Händler erwirbt das hier entsprechend, dann also unser Freund M und veräußert das dann nicht weiter an A, sondern finanziert es sozusagen. Hier haben wir so dieses Finanzierungselement mit am Start. Sie muss jetzt für 24 Monate dann hier eben abbezahlen, bekommt dann den Computer. Hier haben wir aber natürlich, wie Sie schon auf der Skizze sehen, diese typische Drei-Personen-Konstellation mit Rechtsbeziehungen eben zwischen A und M und M und dem Händler hier mit am Start. Also das passt doch und das riecht doch eigentlich wunderbar nicht nach 488 folgenden BGB. Da könnte natürlich der Kaufvertrag hier wieder eine Rolle spielen. Aber wir haben hier natürlich das maßgebliche Element, dass wir hier eben, ja klar, einen Leasingvertrag am Start hier haben. Und wir haben eben diese Ratenabzahlung hier über eine gewisse Grundlaufzeit von zwei Jahren. Und damit passt das. Wir haben ja den Leasingvertrag diesmal absolut gegeben. Ja, damit haben wir hier einen Finanzierungsleasingvertrag, weil warum, denken Sie da auch nochmal nach. Maßgebliches Element ist hier eben die Finanzierung. Das Ganze geht vom Leasingnehmer auch aus hier. Das ist immer so ein wichtiger Aspekt. Da rennt der Leasingnehmer halt hin zum Leasinggeber und sagt, hier, ich möchte den und den Gegenstand, bitte finanzier mir das in Anführungszeichen. Und genauso ist der Gang der Dinge hier gewesen. Nächster Fall. Als passionierte Reiterin vereinbart A mit Pferdebesitzer P, dessen Stute beliebig zum Ausritt nutzen zu können. Monatlich zahlt sie hierfür ein Entgelt von 150 Euro. An den sonstigen Kosten, Futter, Stallmiete, Arzt, muss sie sich nicht beteiligen. Frage liegt hier ein Leasingvertrag vor, wenn ja, wieder Finanzierungs- oder Operatingleasing. Ja, Pachtvertrag, wird Entgelt entrichtet, gibt es diese Reitbeteiligung hier. Ja, vom Sachverhalt lesen erstmal, spricht natürlich erstmal vieles hier, darüber eben, ja, einen oder dafür eben einen Mietvertrag hier anzunehmen. Benutzung der Sache steht hier eben im Vordergrund, ja. Sie muss sich aber hier nicht an Futter, Stallmiete und Arztkosten beteiligen, was natürlich maßgeblich, wenn das so wäre, dass ich daran beteiligen müsste, für einen Leasingvertrag spreche. Denken Sie da, in unserer theoretischen Einheit habe ich ja mehrmals erzählt, dass beim Fahrzeug gerade maßgeblich der Punkt ist, ich zahle Steuern, Versicherungen, Auto, Reparaturkosten und so weiter. Aber das ist ja hier gerade in diesem Fall nicht gegeben. Demgemäß haben wir natürlich schon unsere Schwierigkeiten, das hier als Leasingvertrag einzuordnen. Und wir haben auch hier ein Drei-Personen-Verhältnis nicht gegeben. Und demgemäß ist das schon gar kein Leasingvertrag, sondern wird wohl vielleicht eher als Mietvertrag hier oder vielleicht als Pachtvertrag einzusortieren sein. Und demgemäß sind wir da auf jeden Fall nicht im Leasingvertrag unterwegs, wohl dann eher im Mietrecht, beziehungsweise muss man sich da nochmal ganz genau angucken, vielleicht noch beim Pachtvertrag, aber auf gar keinen Fall im reinen Leasingvertrag am Start hier. Also Mietvertrag dürfte wohl hier, denke ich, das gerechtere Ergebnis sein, deshalb 5,35 gegeben. Nächster Fall. Um auch in der kalten Jahreszeit bequem zum Stall zu gelangen, vereinbart sie mit Autohaus H einen geländetauglichen Neuwagen während des Winters vier Monate nutzen zu können. Das monatliche Entgelt beträgt 200 Euro. A verpflichtet sich dabei gegen Abtretung der Gewährleistungsrechte gegenüber dem Fabrikhändler F, den Wagen gepflegt zu halten und für Schäden an diesem zu haften, damit H den Wagen im Sommer an andere Kunden dann weitergeben kann. Leasingvertrag, wenn ja, wieder welche Art? Okay, also die Kundin sozusagen rennt hier zum Autohaus, kann aber das komplette Geld nicht aufbringen, zahlt eben monatliche Raten. Der Autohändler schafft eben dieses Fahrzeug hier an beim Fabrikanten F, aber spannend ist natürlich auch hier nur für eine sehr, sehr knappe Zeit und das Neufahrzeug kann dann auch wieder an andere Kunden eben weitergereicht werden. Für vier Monate nur das Ganze spricht natürlich nach unserer theoretischen Einheit. Denken Sie da mal nach, bevor wir in die Lösung gehen. Wofür ist eher Vollamortisation hier interessant oder geht es hier eher darum, dann dem Leasinggeber die Sache immer noch an zig andere Vertragspartner im Nachgang weiterreichen zu können? Ja, erstmal vom Sachverhalt wieder, Nutzungszeit, könnte wieder für den Mietvertrag sprechen, aber Vorsicht immer, wenn das im Sachverhalt mit vorkommt, Abtretung der Gewährleistungsrechte, da klingelt immer häufig der Leasingvertrag dann mit, weil das eben so ein typisches Element auch des Leasingvertrages häufig, gerade bei Fahrzeugen auch ist und möchte auch hier insbesondere das Fahrzeug an andere Kunden weitergeben, naja, da klingelt doch schon der Leasingvertrag hier weiter. Also, Falllösung, H und F, die haben ja erstmal beide diesen Kaufvertrag hier zusammengeschlossen und zwischen A und H ist ja ein Vertrag über die Sachnutzung, womit zunächst das Leasingtypische Drei-Personen-Verhältnis ja hier vorliege. Darüber hinaus spricht auch die Abtretung dieser Gewährleistungsrechte, H gegen F, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, und für die reine Finanzierungsabsicht von H und damit haben wir erstmal den Leasingvertrag. So, aber vier Monate nur das Ganze und ansonsten will er das eben dann andere Kunden weiterreichen. Naja, klar, damit sind wir hier nur bei der Teilamortisation am Start und somit eindeutig hier Operating Leasingvertrag. Gut. Gut. Vielen Dank.